Willkommen zu einer neuen Folge CSGO Wettkampf und so. Äh ja... Moin! Veröffentlich mal eine Handgranate, die feuern wir direkt oben rüber. Oder halt nicht. This is what we trade for. Der einer ist schon mal tot und der einer kommt hier. Ey! Alter! wir rasieren ja richtig hauptsache bleibt auch so spiel jetzt mit dem feuer eigentlich gemutet oder warum bist du gemutet oder warum sagst du nichts mehr scheiße gut dass du das hast ich hab die ganze zeit mit dir geredet deswegen hast du auch nicht auf mich gehört wird erst mal keiner durchkommen so schnell kommt da eine bin ich dumm bin ich dumm hier ist die bombe ich habe jetzt jede runde ich habe eine billig sniper zu verkaufen also wir sind hier master guardian warum sind diese scheiße mit der nova drückt er mir eine fresse so jetzt reicht ja mal aber diese brandbombe da hinten ist aber meter die ist gut ja unten mit der will nichts gegeben das hat mich jetzt gewundert wenn das derselbe gewesen wäre weil er war ganz woanders ja so pp-bitzern sondern also was merkt hat sich hier unten kommen die werden schon durch sein ich lenke die von hier oben ab einer ist tot bombe hey geh weg hier ich bin gleich tot was wieso bist du gleich tot wir ködern die jetzt wir ködern die jetzt wir machen jetzt ein trick oh ich dachte gerade das taktische auszeit taktische ja doppelt hält besser besser hält doppelt da steht einer da steht wieder was machen die was machen die junge junge so jetzt geht los wo war das entfernen warum millionen oh bin tot hat er jetzt die autoschnippe auf ihr sammelt oder was wieso ist er nicht gestorben musst du mit der autoschnippe da rein gehen ich habe auf die karte geguckt was was du warst perfekt drauf ja wie viel schaden habe ich auch gesehen 73 na klar das war oberkörper alter da reichen noch zwei schüsse 73 in zwei wir sind ja schon jetzt gewechselt hier so was machen wir jetzt für eine taktik flash ich habe eine flash wo gehen wir wo müssen wir lang hier wo müssen wir lang junge fbi fbi open ab er steht hinten in der ecke hä was war das für ein versuch weiß ich nicht dass ich weggucke nix ist lass unten oder außen lang gehen ich muss auf kurzes dingens gehen ich spiel schrot ach so also nora die geht ja auch ein bisschen auf distanz aber die rennen auf jeden fall durch zum spawnen bei uns zum spawnen mhm also einer habe ich zumindest gesehen was der andere macht weiß ich nicht ist ist egal du plantest jetzt hier das billige alter ist das armselig hä was machen die denn guck mal du hier neben mir auch ich guck ich guck hier hin ja gut ja kann sein dass die ich den von hier weg holen ne da sehe ich ja nichts ok ne bleib was ich habe schon gedrückt gehabt alter ja woher weiß er das woher ich vorgekommen bin ja es kann doch nicht sein dass wir uns von den kecks abziehen lassen aber wir müssen jetzt mal hier ne ja so jetzt schaffen wir schon ne 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 geh von der ist gut ne 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 okay er schießt er durch von draußen 90 der war wenn du es geradeaus durchgehst rechts aber ich weiß nicht einen schlechten hit dann hast du ihn ja ja geht auch so rum ja tiefer war doch schon so tief alter ja noch tiefer schmutz tiefer ja jetzt gehen wir hier treppe so effektiv guck du mal rechts rechts plente hier hier pläten ja tief ne also wenn du weißt ja irgendwas muss machen ja 2 36 war das hingegeben nischt warum gebe ich jemanden dauernd nischt ich kriege ich bei dem kann ich keinen schaden machen ja der ist immun gegen meine schüsse ecco runde ja gut da unten lichter sind köter auf jeden fall schleichen 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 jetzt gucken wir einfach hier lang gucken was die machen und was die nicht machen komm mal hinterher dann ne ich geh jetzt nämlich hier runter du gehst hier oben drauf lang weiter dann hocken wir hier beide kommen wir beide um die ecke gekrochen bist du da naja ganz hinten der andere vielleicht ist doch das ist doch irgendwie komisch oder ja das ist quatsch wir fangen an zu gewinnen und dann ja jetzt müssen die hacks an die wissen immer ganz genau was wir tun dann lass mal unten lang gehen durch pushen jetzt müssen wir noch eine gewinnen dann haben wir wenigstens unentschieden ja am besten 2 gewinnen unentschieden ist positiv am besten 2 gewinnen ja das stimmt äh was für ne Waffe ja nimm dir irgendwas hier du plantest hinterher 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 oh der läuft vor mich fuck links ach die sehen dich doch da es ist nur der eine man wie jetzt hier verlieren gerade ja unten durch pushen hier wo wir eben blank sind ich laden nach jetzt kannst du von oben oooohh geil wenigstens die noch gerissen machen wir machen Vielen Dank.